Herzlich Willkommen im Deutschen Kinderschutzbund hier im Familienzentrum in Depoldeswalde. Jedes Jahr wieder laden wir Sie ein zu unserem Ferienprogramm, aber vorerst möchte ich Sie gerne mitnehmen in eigener Sache, weil unser Verein wird dieses Jahr 30 Jahre und wir möchten uns auf diesem Wege bei Ihnen für Ihre Treue und Unterstützung bedanken, bei den Behörden natürlich für die Aufträge. Und ja, es war uns ein Bedürfnis, dass wir Ihnen das mitteilen und irgendwie feiern wir das ganze Jahr immer zusammen, wenn es möglich ist. Wenn Sie den Verein weiter bei sich haben möchten, dann ist es immer schön, Sie besuchen unsere Projekte und wenn Sie Lust und Laune haben, über Mitglieder freuen wir uns auch. So, das war die eigene Sache, jetzt gebe ich weiter an meine Mitarbeiterin, die Frau Heger und die wird Sie informieren über geplante Ferienprojekte. Hallo, ihr seid zwischen 6 und 14 Jahre und wisst noch nicht, was ihr in den ganzen Sommerferien machen wollt? Dann laden wir euch herzlich zu unserem Ferienprogramm ein. In vier Wochen gibt es ein buntes, vielfältiges Programm. Jede Woche steht unter einem anderen Motto. In der ersten Woche heißt es fit und gesund durch den Sommer. Die zweite Woche steht unter dem Motto Sport, Spiel und gute Laune. In der dritten Woche heißt es raus in die Landhöhe. Wir entdecken Wunderbares. Und zu guter Letzt heißt es Manege frei. Ihr seid die Zirkusartisten. Man kann sich für entweder eine oder alle oder mehrere Wochen anmelden. Der Teilnehmerbetrag beträgt 15 Euro pro Woche. Programm bieten wir euch von Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr Interesse daran habt und uns im Deutschen Kinderschutzbund besucht. Ja, und die fünfte und sechste Woche gibt es Dipser Geschichten verstecktes. Diese Wochen werden komplett sein, also das heißt von Montag bis Freitag. Es ist kostenfrei, weil es über eine Stiftung finanziert wird und wir starten immer 9 bis 15 Uhr. Alle weiteren Informationen findet ihr auf www.deutscherkinderschutzbund-soe.de Also bis dann wünschen wir euch noch einen schönen Sommer. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss. goeie 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 Vielen Dank.